Ich werde immer wieder gefragt, Geo, muss man für Airsoft fit sein? Meiner Meinung nach sollte man allgemein fürs Leben fit sein. Nicht so viel Zucker essen, nicht so viel Junkfood, nicht so viel Alkohol trinken und rauchen und regelmäßig Sport machen. Ich bin jetzt nicht der sportlichste Typ oder der durchtrainierteste, aber ich mag jeden Tag meine 4km Joggen. Ganz, ganz langsam, ganz entspannt. Und für Airsoft muss man nicht unbedingt fit sein, also auch wenn man jetzt nicht der fitteste ist, kann man auf jeden Fall Airsoft spielen, wird kein Problem sein. Nur ein kleiner Tipp, wenn ihr jetzt nicht so viel laufen wollt, dann spielt lieber in der Halle, weil draußen im Wald, da können die Distanzen von Spawn zu Spawn oder bis man einen Gegner sieht, ziemlich groß sein. Wenn man dann rausgeschossen wird, dann muss man den ganzen Weg zurücklaufen. In der Halle ist es von Spawn zu Spawn, vielleicht 100 Meter, das heißt man hat vielleicht 30 bis 40 Meter zurück zum Spawn und dann kann man wieder weiterspielen.